Es gibt ein Wort, das du unbedingt aus deinem Sprachvergott streiten sollst. Und das ist das Wörschen müssen oder muss. Warum? Guck mal, führ mal kurz hinein. Führ mal meinen ganz simplen und einfachen Satz. Ich muss die Wohnung putzen. Ich muss zur Arbeit. Ich muss die Kinder im Kindergarten abholen. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Führ mal da rein, wie viel Druck da einfach aufkommt. Ich muss dies, ich muss das, ich muss das, ich muss das. Und wenn du es ersetzt, nochmal das Eingangsbeispiel. Ich darf die Wohnung aufholen. Wenn du mal kurz die Augen schließen möchtest und dann mal reinfühlst. Rein energetisch gesehen, das klingt alles ein bisschen spooky. Okay, aber das ist eine ganz andere Energie, wenn du sagst, ich darf die Wohnung aufräumen. Ich darf das Bad sauber machen. Weil letzten Endes, du musst überhaupt nichts. Das ist nur die Frage, willst du ein sauberes Badezimmer haben? Oder ja, wie darf es sein? Und wenn du im Grunde genommen unzufrieden damit bist, überhaupt deine Wohnung auf Vordermann zu bringen. Naja, da gibt es ja auch Menschen, die das total gerne machen. Wohlfühlmanagerinnen, so nenne ich unsere beiden Damen, die regelmäßig kommen, immer ganz lieb. Das sind Wohlfühlmanagerinnen. Das gibt ja für alles Möglichkeiten. Aber jetzt nochmal zurück. Kannst du spüren, wenn du dieses Wörtchen muss aus deinem Sprachjargon wirklich durch ich darf ersetzt? Was das an viel mehr Leichtigkeit im Laufe der Zeit da reinbringt. Bei Wahrheit, du musst nichts. Selbst wenn du dir morgens die Geschichte erzählst, ich muss zur Arbeit. Musst du nicht. Steht ja niemand mit der Pistole da, hält dir die an den Kopf und sagt, du musst jetzt zur Arbeit fahren. Du machst das ja freiwillig. Ja, da hängen Dinge dran, macht man halt so, ist mein Job, ist mein Beruf, mit dem Kühlschrank kommt so eine X jeden Monat rein. Völlig außer Frage. Nur rein faktisch schwarz-weiß gesehen, du musst es ja nicht, du machst es ja freiwillig. Und wenn du mit dem, was du beruflich jetzt gerade machst, unzufrieden bist, weil dich das nicht mehr erfüllt, so ging mir das ja auch mal, stolz auf die Stelle im öffentlichen Dienst, hat mich aber irgendwie zunehmender unzufrieden gemacht, weil ich immer weniger da einen Sinn drin gesehen habe und auch gemerkt habe, da ist es ja auch irgendwo gedeckelt, bis zu einem gewissen Punkt kommt man auch vom finanziellen Einkommen her, darüber hinaus geht ja nichts und, und, und. Naja, ich habe mich ja dann auf einen anderen Weg gemacht und habe ja mich auf den Weg gemacht, wirklich den Plan meiner Seele zu erkennen, um dem Ruf meiner Seele zu folgen und daraus meinen Seelenberuf zu erschaffen. Und das kannst du ja auch. Also was ich kann, was andere schon geschafft haben, das kannst du ja auch. Aber im ersten Schritt geht es mal darum zu erkennen, dass du im Grunde genommen nichts musst, sondern alles letzten Endes freiwillig machst mit deiner Entscheidung. Selbst wenn der Ort, wo es dir gerade nicht gefällt oder das landet, da musst du dir auch nicht die Geschichte erzählen, ich muss halt hierbleiben, weil du kannst theoretisch heute noch ein Ticket buchen und sonst wohin fliegen oder dich ins Auto hocken, deine sieben Sachen packen und irgendwo hinfahren. Ja, hört sich jetzt einfach an und ja, so einfach ist es dann letzten Endes sicherlich nicht umzusetzen, weil dir auch einiges dranhängt. Ganz klar, nur, wenn du dir dessen bewusst wirst, dass du, dass es dir vielleicht an dem Ort, wo du gerade lebst, in der Wohnung, in der Situation oder whatever, du kannst es auf alle Situationen beziehen, dass das nicht das ist, was deinem Herzen, deinem Seelenplan entspricht und du nimmst dieses wirklichen Muss raus und ersetzt es durch Starf. Ganz andere Schwingung, ganz andere Energie. Und dann, wenn es Situationen gibt, die du anders haben möchtest, dann beginn dir Fragen zu stellen. Wie kann es jetzt möglich sein, meinen Seelenplan zu entdecken? Wie kann es möglich sein, dem Ruf meiner Seele zu folgen? Wie kann es möglich sein, dass ich an dem Ort lebe, wo ich schon so lange von träume? Whatever. Und je mehr du dir dann auch aneignest, Fragen zu stellen, in der Frage zu sein, naja, umso mehr kann das Universum dir liefern, Impulse, Ideen schicken und denen gilt es dann zu folgen. Und das ist das, was letzten Endes viel, viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben bringt. Auf allen Ebenen, ja. Das ist mein Tagesimpuls heute. Und ich bin auch immer noch so, ja, ich sag mal, beseelt. Wir hatten heute Morgen ja unsere Masterclass, The Big Essence to start your free life. Was ich mit Madeleine zusammen gemacht habe und es war einfach pure Magie. Pure Magie für die Teilnehmer und auch für uns. Also Madeleine und ich, wir haben mal wieder gemerkt, wie sehr wir geführt wurden, wie so ein Download, das vom Universum kam zu uns, diese Masterclass so zu machen. Wir hatten eine Vorstellung von, aber dann ist alles so geführt gewesen, es war einfach nur, wow, ich weiß, ich finde gar noch nicht so die richtigen Worte. Die Aufzeichnung, die ist gerade dabei zu konvertieren. Also wenn du die Chance noch nutzen möchtest und dir das Replay anschauen willst, ich verlinke dir mal in der Nähe von dem Video hier den Link, dann melde dich noch rasch an und dann bekommst du die Aufzeichnung noch zeitnah. Hab noch einen schönen Tag und vielleicht bis gleich in der Masterclass. Bis dann, ciao, ciao.